Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Auch dies ist ein Video anlässlich des Kommentars eines Zuschauers. Er hat geschrieben, ich genieße die schönen Dinge des Lebens, aber meistens sind es leider die materiellen Dinge. Ich würde das leider weglassen, denn es gibt Menschen, die genießen die schönen Dinge in der Natur, in ihrem Garten oder am Meer oder die Steine. Es gibt aber auch Menschen, die genießen tatsächlich die, ja, nennen wir es mal einfach die materiellen Dinge. Die genießen eine teure Handtasche oder die genießen eine teure Uhr oder ein Kleidungsstück, welches aus toller Seide ist. Die genießen Qualität. Kein Leider, keine Entschuldigung. Jeder Mensch ist anders, jede Seele ist anders. Es gibt nicht zwei Seelen hier auf dieser Erde mit den gleichen Aufgaben, da haben wir schon sehr, sehr oft darüber gesprochen. Und es gibt auch nicht zwei Seelen mit den gleichen Interessen. Es gibt Seelen, die so mit dieser Materie hier auf dieser Erde verbunden sind und die wünschen sich, die wünschen sich Materielles. Ja, die wünschen sich, die sagen, ich brauche einfach teure Kleidung, Qualitätskleidung. Ich brauche einfach, ich möchte einfach schöne Dinge um mich herum haben. Und natürlich ein Unterschied ist, wenn ich einfach etwas sammle, wenn ich Dinge um mich herum anhäufe, weil ich eine Frustration habe oder weil ich depressiv bin. Diese Menschen gibt es, das sind Menschen auch Messis, ja, die sammeln und sammeln und sammeln. Die sammeln, achten vielleicht auch gar nicht darauf, ob es schön ist, ob es ihnen gefällt, ob es ihnen wirklich gefällt, ja. Die sammeln einfach. Aber es gibt Menschen, die sagen, mich macht eine schöne Handtasche oder in dem Fall vielleicht, ich glaube, das war ein männlicher Zuschauer. Mich machen einfach schöne Schuhe, die machen mich glücklich. Da bin ich einfach glücklich, da schaue ich mir das an und darin steckt ganz viel Qualität und auch ganz viel Liebe und auch vor allen Dingen ganz viel Freude. Schaut euch ein paar wunderbare handgemachte Schuhe an. Das ist Handwerk, das ist viel Arbeit. Da steckt von dem Schuster viel Liebe darin, viel Aufmerksamkeit. Ich habe oft, weil ich liebe auch Schuhe, oft auch Schuster besucht. Ja, ich bringe meine Schuhe auch heute noch regelmäßig zum Schuster, zum Reparieren. Und dann sagt er immer, sie achten auf Qualität. Ja, natürlich. Und ich bringe sie auch zum Schuster, zum Reparieren. Diese wunderbaren Schuhe, wo so viel Energie, so viel Liebe darin steckt. Oder es kann auch ein Auto sein, wo so viel Liebe, so viel Energie darin steckt. Das kann auch ein kleines Auto sein. Es muss kein teures Auto sein. In jedem Gegenstand steckt viel Liebe und viel Energie, wenn er denn bewusst hergestellt wurde. Und deswegen bin ich ja jemand, der absolut kein Fan ist von diesen Kaufhäusern, wo ich Kleidung kaufe, die nur für ein einmaliges Tragen oder zweimaliges Tragen geeignet sind. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung. Es gibt vielleicht auch Leute, die sagen, das macht mich einfach glücklich, jeden Tag ein neues T-Shirt oder ein neues Kleid zu kaufen oder eine neue Jacke oder Pulli oder was auch immer. Auch das ist absolut okay, wenn ich es bewusst tue. Wenn ich mir darüber bewusst bin, was ich tue, Ursache und Effekt. Es gibt Menschen, die sind mehr als andere glücklich über materielle Dinge. Und wir alle, jeder Mensch, wenn er denn ein glücklicher Mensch ist, wenn er ein Mensch ist, der, sagen wir gut, in seiner Energie drin steckt, in seiner Mitte drin steckt, dann liebt jeder Mensch schöne Dinge. Es geht gar nicht anders. Wie gesagt, manche lieben dann einfach einen wunderschönen Baum oder traumhaft schöne Blumen im Garten oder das Meer oder andere schöne Dinge in der Natur. Manche lieben es auch, mit Menschen zusammen zu sein und sagen, mich macht es unglaublich glücklich, mit meinen Freundinnen, ja, zu Hause bei ihnen einmal in der Woche uns zum Kaffeekränzchen zu treffen und dann einfach wunderschöne, gute Gespräche zu führen. Das macht mich glücklich, mit einer guten Tasse Kaffee. Für jeden Menschen ist es anders, was einem glücklich macht. Und ja, wenn jemand zugibt, und das ist das Tolle daran auch, ja, zugeben zu können und sagen, nein, mich macht die Natur gar nicht so glücklich, mich machen die materiellen Dinge glücklich, okay? Dann würde ich sagen, probier es mal aus. Genieße die schönen materiellen Dinge, vielleicht auch den schönen Topf oder die schöne Vase oder den schönen Kerzenleuchter. Vielleicht sind das auch die Dinge, diese schöne Einrichtungsecke, den schönen Teppich oder das Bild. Aber versuch mal zusätzlich in die Natur hineinzugehen, weil das ist dann noch das Plus. Manchmal können wir uns das auch gar nicht vorstellen. Ich kenne übrigens Leute, die haben gesagt, ich mag überhaupt nicht spazieren gehen. Ich bin auch ehrlich gesagt nicht so der große Wanderer. Aber mich macht es einfach glücklich, am Meer spazieren zu gehen. Wenn ich am Meer bin, bin ich so glücklich, also das ist einfach, da brauche ich nichts anderes. Da gehe ich am Meer spazieren und das kann ich stundenlang machen. Hier im Süden von Frankreich laufe ich dann zu Fuß von Jean-Lepin Richtung Cannes zurück, so lange, so weit wie es geht, bis in den nächsten Ort. Und das sind einfach wunderbare Situationen, wunderbare Zeiten. Und manchmal sagt jemand, ja, aber ich mag überhaupt nicht wandern. Manche Leute können auch nicht so gut wandern. Es gibt immer eine Möglichkeit, sich mit der Natur zu verbinden. Und wenn es, wie ich ja schon so oft gesagt habe, auch nur ist, einen Baum zu umarmen. Und dann nach Hause kommen und sagen, mein Zuhause, das habe ich mir genau so gestaltet, wie ich es schön finde. Mit wunderbaren Artikeln, mit wunderbaren Sachen, von denen ich vielleicht eins auf dem Flohmarkt gefunden habe, eins im Trödelladen, eins im Designerladen. Und wo ich jetzt eine Kombi habe von Dingen, die mich glücklich machen. Das macht glücklich, wenn ich ganz bewusst mich auch mit den Dingen, auch materiellen Dingen beschäftige, die ich habe. Und natürlich, wenn ich bewusst bin, weiß ich auch, nichts von all dem werde ich mitnehmen. Aber ich darf es genießen, solange ich hier auf dieser Erde bin. Und das ist das Schöne, wenn mir das auch bewusst ist, wenn ich sage, klar, ich weiß, ich nehme nichts mit. Ich sammle aber nicht zum Sammeln, weil ich ein unglücklicher Mensch bin und keine Lust habe, an meine Seele zu arbeiten, sondern meine Seele wird glücklich, wenn ich eine wunderschöne, tolle Umgebung habe. Und auch da ist jeder anders. Es gibt Menschen, die sagen, ich brauche zehn Kissen auf dem Sofa und ich hätte gerne noch eine Kuscheldecke oder drei Kuscheldecken und ich hätte gerne bequeme Sessel und auch da noch Kissen und Decken und ich weiß nicht, was drin. Und ich mag einfach gerne eine Wohnung, die bunt ist. Und da gibt es Menschen, die sagen, das ist mir viel zu viel, viel zu durcheinander. Ich brauche eine ganz ruhige, ganz klare, ganz weiße Wohnung mit ganz wenig Deko, vielleicht sogar gar keine Deko, weil ich das alles abstauben muss und sonst was um mich kümmern muss. Mich macht es einfach glücklich. Meine Seele ist froh, wenn ich Klarheit in meinem Kopf habe, wenn ich ganz wenige Dinge habe. Jede Seele ist unterschiedlich. Es kommt allerdings darauf an, wie ich mit meiner Seele umgehe. Ob ich in Verbindung bin mit meiner Seele, ob ich auch zuhöre, was sie will. Ja, es gibt auch Menschen, die leben in einer kunterbunten Wohnung. Die Seele will eigentlich nichts lieber als Ruhe im Kopf, als eine weiße Wohnung. Ich sag mal, auch das gibt es, das Bewusstsein. Da sind wir wieder bei dem Thema, wie bewusst gehe ich durchs Leben, wie bewusst bin ich mir. Und wenn der Zuschauer hier so ehrlich sagt, ist und sagt, leider machen mich vor allen Dingen oder nur materielle Dinge glücklich, dann ist das so. Das ist kein leider. Dann ist es so. Das wird seinen Grund haben. Den Grund kenne ich nicht. Kann nur der Zuschauer selber kennen. Und natürlich der Schöpfer. Die eigene Seele, sich mit ihr auseinanderzusetzen, zuzuhören und zu fragen, hey, warum mag ich eigentlich so gerne materielle Dinge? Jeder von uns mag übrigens gerne materielle Dinge, ja. Das ist auch die Verbundenheit hier auf dieser Erde unseres Körpers, die Verbundenheit der Seele mit dem Körper. Das ist auch unser Ego. Unser Ego sorgt dafür, nicht im Negativen, manchmal auch im Positiven. Unser Ego sorgt dafür, dass wir materielle Dinge lieben. Dass wir hier auf dieser Erde uns wohlfühlen. Deswegen, da sind wir wieder bei dem anderen Thema, wo wir auch oft drüber reden. Deswegen haben natürlich auch viele Menschen so eine Angst vor dem Tod. Weil sie Angst haben, abzugeben, loszulassen. Und damit halt auch, damit verbunden ist natürlich auch die Angst zu teilen. Es gibt Menschen, die teilen nicht gerne. Die möchten nicht, dass jemand anders ihre Sachen erhält, ja. Und die haben deswegen die allergrößte Angst zu gehen. Die möchten alles für sich haben. Jeder von uns geht. Genießt die Zeit, die ihr habt hier auch. Und wenn das jemand ist, der sagt, ich kann nur genießen meine materiellen Dinge. Wunderbar, wunderbar. Das kann auch übrigens, das kann auch eine Möglichkeit sein, mit der Seele zu kommunizieren. Es gibt Leute, die lieben es, ihre Wohnung zu putzen, ja. Und die beim Putzen dann wirklich auch meditieren. Putzen kann eine meditative Arbeit sein. Das kann auch Silberputzen sein oder das Badputzen oder Wäsche waschen. Es kann einen meditativen und auch damit einen therapeutischen Effekt haben. Deswegen, kein Leider. Jeder ist so, wie er ist. Danke, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.